So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDigge. Ihr seht, die Stimme ist weg. Die Stimme ist okay, die Stimme war schon mal anders. Wir haben wieder ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Das habe ich mir super gut ausgedacht, denn am vergangenen Wochenende war ja das Luftabenteuer in Yeju Island oder Rechu. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Irgendwo in Südkorea war mal wieder ein Luftabenteuer. Das haben die meisten eh nicht auf dem Schirm gehabt. Da gab es wieder Megalatias, Megalatios Raids. Und natürlich gab es auch wieder Pikachu mit Ballon, mit andersfarbigen Ballons, als wir sie bisher kannten. Es gab Pikachu wieder mit einem Hemd, mit einem andersfarbigen Hemd, als das, wie wir es kannten. Und ich möchte dazu ein Gewinnspiel machen für die Leute, die nicht die Möglichkeit hatten, daran teilzunehmen oder sich diese wertvollen Pokémon zu sichern. Ihr kriegt aber nicht die normalen. Ihr kriegt die Shiny-Varianten von mir. Und zwar habe ich mir überlegt, erstmal möchte ich es einblenden. Das ist das Pikachu mit dem Hemd. Das habe ich jetzt Yeju genannt, weil so heißt diese Insel. Und das ist das Pikachu mit den Ballons. Da steht nochmal Island dran. Damit ihr die Ballons besser seht, kann man das ja hier auch so nach unten ziehen. Das sieht richtig cool aus, finde ich. Normale Pokémon werden zu langweilig, deswegen gibt es hier mit Shiny dran. Genau. Was müsst ihr tun, um die zu gewinnen? Und was könnt ihr denn überhaupt jetzt nun gewinnen? Es wird fünf Gewinner geben. Fünf Leute haben die Möglichkeit, beide Pikachus zu bekommen. Das heißt, zehn Pokémon werden hier verlost. Zweimal pro Gewinner einmal das mit Hemd, einmal das mit Ballon. Sollte klar sein, weil wenn ich jetzt zehnmal das mit Hemd verlost, dann sind die Leute traurig. Oh, ich hätte gern das mit Luftballon. Wenn ich zehnmal das mit Luftballon verlost, dann wollen die Leute vielleicht das, aber mit dem Hemd. So kriegt ein Gewinner immer ein Hemd und ein Ballon Pikachu. Da haben momentan ja eh zwei Trades, zwei Spezialtrades pro Tag möglich. Sinn wäre in der Season, dürfte das auch kein Problem sein, dass man beide an einem Tag dann den Gewinner rüber geben kann. Was ihr tun müsst, um zu gewinnen, erstmal natürlich unter dieses Video hier wieder einen Kommentar schreiben. Das ist ja immer so. Ihr schreibt einen Kommentar. Unter dieses Video, unter allen Kommentaren, unter diesem Video wird dann ausgelost. Am Montag bei Chill mit Ramses. Wir streamen immer Montag Chill mit Ramses ab 20 Uhr. Ab 21 Uhr machen wir dann immer die Verlosungen, wenn es welche gibt. Es gab jetzt schon eine Zeit lang kein Gewinnspiel. Jetzt ist wieder ein Gewinnspiel da. Ich hätte noch was zum Go-Face, was ich verlosen möchte. Aber dadurch, dass wir dann im Urlaub sind, muss einmal Montag ausfallen. Das seht ihr dann aber. Diesen Montag geht es sich aber noch aus, dass wir das jetzt eine Woche laufen lassen. Ihr könnt also von Dienstag heute bis zum Montag mitmachen. und schreibt einen Kommentar einfach unter dieses Video mit eurem Trainernamen. Das ist ganz wichtig, dass man weiß, wer ihr seid, damit das dann auch auf den richtigen Account drauf geht. Trainername. Dann, welches ihr cooler findet. Das mit den Ballons oder das mit dem Hemd. Was ist euer Favorit? Das könnt ihr gerne noch dazu schreiben. Und als drittes einfach den Hashtag Yehu Island. Das ist wichtig, weil das ist ja von da, das ist ja das Luftabenteuer gewesen, wer das möchte. Also ein Hashtag Yehu Island. Yehu, genauso geschrieben wie hier, achtet halt auch auf die Groß- und Kleinschreibung und Island direkt mit dran, das zusammengeschrieben. Aber Island wird am Anfang natürlich wieder groß geschrieben. Man muss einfach nur diese zwei Wörter abschreiben. Yehu und Island. Und die, damit es ein Hashtag ist, zusammenschreiben, schon passt das. Also es ist total einfach. Es ist nicht kompliziert. Ihr müsst nichts rechnen. Ihr müsst gar nichts. Ihr müsst einfach nur euren Trainernamen hier drunter schreiben, welches ihr cooler findet. Das mit Hemd, das mit den Ballons. Und eben den Hashtag Yehu Island. Und dann habt ihr eine Woche Zeit, bis Montag, wenn bei Chill mit Ramses um 21 Uhr verlost wird und ihr gezogen werdet. Ihr müsst da sein bei der Verlosung. und fragen dann immer im Chat, ist derjenige da? Die meisten sind dann nicht da. Die melden sich auch nie wieder. Die fragen auch gar nicht nach. Wieso die eigentlich mitmachen? Ihr müsst also da sein am Montag bei der Verlosung. Ihr werdet gezogen und sagt ihr, yo, und dann freuen wir uns alle, freuen wir uns alle total. Und dann kann ich euch die rübergeben. Eine Woche Zeit zum Mitmachen. Kleines Schmangel für zwischendurch. Das war es auch schon. Ich schone mich jetzt. Pupsi und Marie sind heute im Kino den Ladybug-Film gucken. Das heißt, ich bin mit Jonas dann alleine, werde mich jetzt wieder ins Bett kuscheln, mich ein bisschen auskurieren und wünsche euch viel Spaß bei dem Gewinnspiel, wenn ihr Bock habt, eben eins von diesen zwei Supershinies zu gewinnen. Peace out, Vorhaut. Ich denke immer so, ich habe irgendwas vergessen. Nö. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.